johann hat er soll er müsste ganz schön und mein name ist rafael ja willkommen zu einem weiteren let's play aktier und ich habe heute kein thema dabei jetzt video war hier portugale ja mit mir ja vielleicht mit dabei sein dass sie die kraft ist okay ich finde er ist echt gut nach wie eigentlich gibt es die leute sagen ich würde so aber ich bin ziemlich gut und ich finde ich auch ziemlich nett 20er und ja mein ding ich habe bald eine einsatz hatte 451 also diese sp geht ziemlich ab wochen wir sind mal ein jahr jahr auf meiner karte ich will nicht nur eine zwei karte schafften wenn ich schaffe und dann sind sie gekommen mit mir schon erwähnt werden also nicht nur ich weiß nicht ob wir es nicht schaffen also also nicht der fernhalte wie man eigentlich meistens msb-john aber jetzt geht schon mal wie schon 24 prozent naja ich werde nur 90 werden also ich lebe mich schon später weiter aber zuerst dann erst mal 90 equipment machen und so junge ja komm komm auf mich ja ich kann nicht aktivieren also kündig ich will ich will ich will ich will hat mich vorhin dreimal aneinander gekillt und nicht da geht doch ich überlebe ich bin noch mit kommt noch ein kill oder ihn kommt noch hin ja komm weg ok, kann er nicht mehr wenn ich eine PR will dann habe ich halt nicht schon aber ich habe noch einen mitgegenommen so ist auch schon eine geile Aktion jetzt gerade hier überlebt hier als einzigste also am längsten hier und dann meinst du zwei Kits habt ich gemacht 1 3 3 für die Kits jetzt keine gemacht Fotokale kämpft auch irgendwo nur keine Ahnung ob ich sage, wo bist du bist du Portugal nicht ? ach so ok ok ich mache FTF 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 ich hoffe dass jetzt irgendein Portugal hat irgendetwas jetzt vor ja ja ich war mein geld für den stab und für die rüstung an kommen ich habe echt lange überlegt habe ich so nein kommen die bedeutung sieht aber cool aus muss ja sogar 50 karten blättern für die oder zu haben sind aber naja ob dann habe ich halt noch mit also 30 40 20 dann haben wir ja wir fangen zum welteingang und dann in portokal will ja wir gehen wieder gleich am anfang ich habe gleich zwar wieder drauf als die betreffend also wir müssen schnell schnell soll ich ja nicht wie lange die jetzt läuft aber ich mache noch zu können auf die sechs minuten noch das video dann wenn ich doch wo mein eifert wo kommt er so wurden wir gut sind ihr da so ein so ja genau 6 minuten so also ab jetzt 6 minuten noch und dann soll ich und in der Geburt kommt schnell ab und ein zu gehen bei solchen also vor das wird haben ich auch gleich mal 20 das wird aber eine homo aktion von uns eine beteppte aktion so nein nein das ist aber fähig und ich bin fehl das war jetzt irgendwie und ich voll so gestreut und dann ja ich bin jetzt ein pote damit und bis zum nächsten mal ja 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 ja